Jo Leute und damit willkommen mal wieder zu einem weiteren neuen kurzen Shop Video und der Shop ist genau jetzt auch schon da in einer Sekunde und ja da mal schauen was heute so reinkommt ich konnte es mir auch schon denken man sieht schon diese ganzen Ostersachen sind scheinbar geblieben ja hier ist wohl noch alles da und ich denke mal das bleibt natürlich auch dann ein paar Tage noch ich habe gestern alles gezeigt deswegen würde ich sagen gehe ich da jetzt nicht noch mal durch ansonsten schaut gerne das Video von gestern oder guckt einfach gerade schnell hier mal was so am Start ist aber ich denke mal das Zeug sollte wirklich jeder kennen und mal gucken was heute oben am Start ist tägliche Sachen das Emote könnte seltener sein glaube ich und vorgestellte Sachen ein langer Paket Core Skelett und ganz oben Coachella Rocker Paket das ist jetzt neu am Start reagiert auf Musik oha die Sachen sehen nice aus da fangen wir direkt noch mit an Coachella Rocker Paket heißt es ganz und hier gibt es einmal die Lyric so sieht die aus die gibt es noch im zweiten und im dritten Stil und das sieht wirklich nice aus hier auch so animiert ok cooler Skin hier gibt es noch einmal Rücken Accessoire und den Wilder und der hat auch noch mal einen zweiten Stil das sieht schon nice aus ich sag mal alles so im Musik Look würde ich einfach mal sagen ist schon cool gemacht hier gibt es noch einen Rücken Accessoire und der ist auch so ein bisschen ja animiert wegen den Farben dass die ausschauen ganz cool aus und dann gibt es noch eine Hacke das ist hier eine Gitarre und dann gibt es noch den Neonbeißer ok und eine Lackierung das ist ein nices Paket die Sachen sehen ganz cool aus 2800 kostet das und man kann die Sachen auch einzeln kaufen ok finde ich ganz nice gemacht das Zeug ist also neu am Start ein langer Paket mit den zwei Skins ist schon sehr sehr oft hier gewesen da gibt es noch Core Skelett und da gibt noch weitere Stile muss man gar nicht viel zu sagen ansonsten tägliche Sachen Sonnenblume auch ein Skin der schon sehr sehr oft hier ist und dann Matchball auch jetzt kein so besonderes Skin für 800 aber beide ganz nice Beam Bam Boom mit diesen Effekten das ist schon ganz cool gewesen und dann gibt es noch Cliffhanger auch schon eine uralte Hacke und Remix wie gesagt ist das seltener kann ich mir vorstellen ich gucke gleich auf jeden Fall mal und dann gibt es noch Seestock und dann gucke ich mal nach ähm ok also damit hätte ich jetzt nicht gerechnet also Seestock Monat her Freemix 362 Tage her also selten aber Cliffhanger 759 Tage her ähm ja gut das hätte ich jetzt nicht gedacht wie man boom 11 Tage Matchball Monat zusammen nur drei Monate Handlager Paket Monat und das oben ist halt neu echt ein nicer Shop also hier oben so ich sag mal so Konzertsachen neu am Start die echt cool sind und hier einfach wieder was ultra seltenes das ist schon echt ein nicer Shop so